Oh mein Güttnes! Näh! Ich kann... Eye of Cthulhu kann nicht spawnen! Ja, das ist ja aber übel nice! Regeneriert leben! Oh, das ist ja absolut awesome! Alter, die Truhe war nice! Like it, like it, like it! Bring mir das auch mit! Et Piene! Und deswegen wollte ich ja unbedingt... ... die Truhen so... Oh, jetzt ist die Frage... Oh, ich war ganz trank... ... Musik ... This is! Sehr und cool. Die können ja auch auf die Tropen. Also so mal, so mal, so mal, so mal gar nicht hier, nee. Alter, was? Was? Zwei und zwei. Oh. Das ist ja vierstab. Silberhelm. Ich brauche immer noch eine Brustplatte, ne? Auf jeden Fall. Das ist gut. Und den Jojo auf jeden Fall, den Hölzern, lass mal da, mal gucken, vielleicht kann ich nicht irgendwie noch verbessern. Irgendwas. Und ich habe hier aber doch alles... Alter, das ist natürlich jetzt nice gelaufen. Ich brauche immer noch eine Brustplatte. Wenn ich jetzt ein Ei auf Betonung mache, ist das natürlich... Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Der hat verdammt viel, ne? Ich glaube, den kann ich ja auch nur nachts machen. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Weil ich den ja auf jeden Fall habe, das ist auf jeden Fall sehr gut. Das ist in der Tat sehr, sehr wichtig, dass ich den habe. Also jetzt... So langsam kommt der Damage. Und das ist halt das Geile. Ich habe ihn noch darüber beschwert. Und jetzt kommt es dann doch so langsam. So ist das schon nice. Nee, ich bleibe natürlich oben. Ich würde ja gerne... Es wird ja eh jetzt dunkel, ne? Ich glaube, ich wache tatsächlich. Also ich versuche auf jeden Fall, Ei auf Betonung zu machen. Ich hoffe nur, dass ich da nicht jetzt draufgehen werde. Oh Leute, oh Leute, Leute, Leute. Oh, ich habe viel zu wenig Leben, ne? 160 ist einfach eigentlich viel zu wenig dafür. 200... So circa 200, das wäre geil. Aber 160 ist eigentlich echt wenig. Egal wann... Ich denke mal nicht, dass ich das schaffen werde. bin ich ganz ehrlich. Aber ich versuch's. auch beschwert. Egal www.as-19.asGS Mal. sized. oh Gott okay ich glaube das kann zu knicken da dort kannst du knicken also alleine unmöglich alleine den zu machen unmöglich das ist hart das ist hart heißt das das recht noch lange dauern wird bis ich Bosse machen kann natürlich schade aber eventuell wenn ich extrem viel glück habe wenn ich viel glück habe dann spawnt der Cthulhu mir das Cthulhu Jojo und das Cthulhu Jojo ist eines der besten Jojos im Game das wäre halt übelst nice wenn das funktioniert würde aber ich weiß nicht ob das so aber der Jojo den ich jetzt habe der ist auf jeden Fall schon mal nicht schlicht der macht echt gut Damage aber gut ich weiß nicht also es wird also ich werde auf jeden Fall das weiter machen die Staffel hier und ich werde auch mein Bestes noch geben aber ich glaube ich glaube das wird darauf hinauslaufen dass ich wahrscheinlich ein Together machen werde mit zwei drei Leuten ich werde natürlich wie gesagt ich gucke jetzt erstmal wie weit ich hier komme so ne an sich aber wahrscheinlich ist wahrscheinlich wird es so sein muss ich ein Together machen werde also im Stream Bereich machen wir ja schon mit zwei drei Leuten äh der Jojo ist übelst nice ne die kann man ja eigentlich auch schon so machen ne ein komisches verdächtiges Auge Geduldsbums zu machen märk im im märk im im sch im in im 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 Ok, doch, ok. Also wie gesagt, alleine schwierig, ja. So. Aber nicht unmöglich. Gut, ich habe ja jetzt auch eine Schwierigkeitsstufe ausgewählt, die ist halt so. Schwierig. Aber was willst du machen? Könnt das jetzt schon Jungle? Ich glaube nicht, ne? Geh jetzt noch mal runter hier. Guck mal, ob ich irgendwie noch ein bisschen, äh... Farmen. Farmen kommen. An Pupoerzen. Ist ja auch wichtig. Komm. T-t-t-tio. 300 Leben, das wäre schon sick, so, ne? An sich. Aber das erstmal so hinbekommen. Das erstmal so... Oh Gott. Das erstmal so... Oh Gott, oh Gott. So finden. Das ist halt nicht einfach. Das, was ich bräuchte, wär'n Kompass. Das wär' sick. Oder so... Ne, Metalldetektor, so. Das wär' sick. Das würde mir weiter helfen. Was wohnen? Ja. Das wäre schade. Wirklich. Also. Wirklich. Wirklich. platin würde ich habe jetzt angezogen silber angezogen Wait a moment. Ich dann doch eher Silber. Okay. Oh, ja, hey, Schlickblöcke, bräuchte ich eigentlich nur dieses eine noch, ne, was man ja benötigt, um die dann, äh, pulverisierer da, diese komische Döns da, wo finden wir nur bei Eis, ne, komische oder smash, oder? Wow. 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 Wie viel hier ist. What the fuck? ist denn hier so viel mein gott wo ich gleich definitiv ist ja noch mehr ich habe so viele schlickblöcke jetzt zusammen